Musik Was geht Leute, Hamburger Gangsters und herzlich willkommen zur sechsten Folge beziehungsweise zum sechsten Türchen zum Adventskalender ihr seht schon ein Team und das hat einen Grund ich dachte jetzt ist es Nikolaus, wir nehmen an Nikolaus Cup teil und da sind die Bedingungen, dass man eben halt aus Deutschland sein muss oder aus der Niederlande oder beziehungsweise die Nationalspieler müssen es sein 18 Stück haben wir, natürlich die Mannschaft und die Ersatzbank so sieht unser Team aus, mit diesem Team werden wir an dem Cup teilnehmen und bin sehr gespannt wie weit wir kommen ich habe jetzt das so aufgeteilt, dass wir hier die erste Hälfte des Cups sehen das heißt Achtelfinale und Viertelfinale und morgen gibt es dann das Halbfinale und das Finale ob wir gewinnen werden, wissen wir noch nicht aber ich will es mindestens bis ins Finale schaffen unser erster hier Gegner heißt FC Bayern KOD und hat ein richtig krasses Team hier für dieses Erde Robin in Form Müller, in Form Blam, die Legende Stefan Effenberg und er hat wirklich richtig krasse Spieler da kann man eigentlich nichts zu sagen, krasses Team die beiden sind zu zweit, wenn man es eben noch schnell gesehen hat unten, erste Szene hier, Snyder dreht durch und ihr könnt mir mal, ich habe mal so eine kleine Idee gehabt und zwar könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das findet ich habe das jetzt bei ja keinen größeren deutschen YouTuber ich gucke ja meistens, wenn überhaupt, nur Deutsche also eigentlich momentan gucke ich sehr wenig aber wenn ich mal gucke, durch Deutsche habe ich noch nicht die Serie gesehen erstes Tor von Van Persie, muss ich hier nochmal eben kurz sagen ähm ja, da gibt es, habe ich mir so gedacht was haltet ihr eigentlich von einer Serie? die nennt sich dann Get The Cup der Name dürfte eigentlich bekannt sein beziehungsweise den hätten wir bestimmt schon mal irgendwo gehört aber das Prinzip ist einfach, dass wir jede Woche äh, immer den neuen Cup es gibt ja immer neue Cups ausprobieren und den spielen live kommentiert mit Facecam ähm, ja, wie würdet ihr das finden? findet ihr das als Serienidee eigentlich insgesamt ganz cool? das ist jetzt nur eine Frage das ist keine Ankündigung, sondern nur eine Frage wie würdet ihr sowas finden? findet ihr sowas cool? oder sagt ihr, ne, würde ich lieber, würde ich nicht sehen ist nicht so mein Ding oder sagt ihr, boah, ey, geil der testet jetzt immer die neuen Cups und da kann man ja auch sehen, wie die Gegner sind und so, ähm, ja könnt ihr ja mal gern in die Kommentare schreiben würde mich brennend interessieren und ich mache jetzt zum Nikolaus immer so wenn eben halt passende Cups sind die wirklich cool sind, wo ihr sagt ey, da haben wir richtig Bock drauf zu sehen oder ich sage, ey, der ist voll geil den möchte ich unbedingt mal ausprobieren der sieht jetzt sehr schmackhaft aus 2 zu 0 für uns übrigens gerade hier im Achtelfinale Ziel mit Hummels vorbei und der Wumms das Ding dann rein und ja, wie gesagt unten in die Comments bitte reinhauen wie gesagt Hummels hat mich hier richtig überrascht ich wusste nicht mal, dass da Hummels steht ich war richtig brav, als ich hier sah Schuss finde und dann, dass da so ein Ding reinklatscht ins Tor dachte ich, ey, so hey, wer ist denn das? und dann dachte ich so holy shit, das ist immer Zummels das ist natürlich heftig Schweinsteiger kommt hier vorbei wird von den Beinen geholt selbstverständlich ist er ein Elfmeter ist gar keine Frage die Beine wurden eiskalt weggezogen die Frisur sind ultra galos bei Stefan Elfenberg, finde ich also ich finde, das sieht saulustig aus ich feiere die irgendwie richtig hart und ja, hier versucht er nochmal abzuziehen mit der Nummer 4 und wird dann aber gebremst von Stefan Elfenberg kriegt ein Rempler von hinten und deshalb gibt es als Resultat ein Elfmeter das heißt Van Persie gegen Manuel Neuer Van Persie läuft an und zieht ab und drin ganz schön knapp das Ding hier von Van Persie Van Persie zieht nur ganz knapp über die Hände von Manuel Neuer fast hätte er den Elfmeter gehalten jetzt hier mit einem Freistoß mit Van Persie schießen wir nicht sondern mit Snyder Snyder wirklich ein Künstler am Ball ein Künstler beim Freistoß schießt drauf und knapp über die Latte wirklich richtig knapp hier ganz schön haarscharf jetzt Lahm hier mit einem Longshot der einfach mal über das Tor vollsegelt jetzt Effenberg mit einem richtig krassen Tor wie er das auch gemacht hat richtig heftig wie der Ball da durchgekullert ist das war schon richtig nice damit anzusehen doch es hat alles nichts gebracht wir gewinnen das beziehungsweise das erste Spiel 4 zu 1 und ziehen somit ins Viertelfinal eine starke Aktion von unserer Mannschaft es nieselt man sieht es ja noch es regnet es ist nicht so schön aber unsere Fans schwenken trotzdem die Flaggen für uns sie wollen uns Unterstützung gegen obwohl sie wahrscheinlich nur der Gastblock waren obwohl man das in diesem kleinen Stadion eigentlich nicht nachvollziehen konnte wer hier überhaupt zu Gast bei wem war ja und Statistik haben wir ganz kurz gesehen waren eben halt überlegen und jetzt kommen wir ins Viertelfinal aber hier sieht man gleich möchte ich kurz vorweg den Dan The Man 13 nach 13 ist der Falsche der echte Spiel auf Playstation This Is My Club ist unser nächster Gegner hat auch ein sehr interessantes Team ein wesentlich von den Karten ja schwächeres aber ist wirklich wesentlich spielstärker als der andere Gegner vorhin die waren auch zu zweit das muss man noch ein bisschen üben und ja ist immer ein bisschen schwieriger zu zweit wenn man mit einem Freund spielt man muss sich erst aufeinander einspielen das ist ja nicht bei jedem so dass man dann eben halt gut harmoniert das muss man sich erst antrainieren sie eben halt Danny und mich oder Schlappi und bei mir hier nochmal Double That Job von Vampire sie liegt hier gut drauf auf De Pei De Pei jetzt kommt er zieht ab und De Pei und der Keeper hält es war nicht mal ein neuer und hier geht zwar De Pei kann jetzt sich hier durchsetzen zieht nochmal ab aber wieder der Torwart wirklich mit einer richtig rettenden Glanztat hier kommen wir nochmal durch und jetzt passiert ein gewaltiger Fehler Schweinsteiger kriegt den Ball zieht ab und der sitzt selbstverständlich was für ein fataler Fehler das bitteschön war vom Keeper den kann man doch nicht einfach so blind zurückspielen einfach nicht aufgepasst unabsichtlich und er hat hier nochmal richtig schön danach abgeschlossen nachdem er so einen großartigen Fehler gemacht hat das heißt 45. Minute haben wir hier die Führung uns ergattern können ziehen ab doch unser Keeper Ter Stegen wirklich mit einer Glanze er sieht 100% meiner Meinung nach aus wie Manuel Neuer im Tor wenn ich jetzt nicht selber wüsste und den Namen gelesen hätte dass der Ter Stegen ist würde ich glauben dass Manuel Neuer irgendwie sieht jeder in diesen grünen Trikots an die Latte hier nochmal und krasse Parade des gegnerischen Keepers würde ich jeder denken dass richtig viele wie Manuel Neuer im Game aussehen hier kommen wir durch mit einem Chop und Trick wieder an die Latte und Seinvollzieher in die Fresse eines Verteidigers hier ziehen wir ab aber ein wirklich schlechter Schuss aber es war ja auch der eingewechselte Van der Wiel von uns und hier ein krasses Kopfball Ecke Tor das kassiert man ja auch selten Elia hier sieht man Elia hatte die Chance wirklich den Kasten dicht zu machen die Bude zu aber nein wollte er nicht er hat es einfach auf Risiko ankommen lassen und hat ihn verkackt aber ein Traumpass auf der Giro Elia er läuft Rappau bei und zieht ab zieht ab gooo schönes Ding von El Giro Elia hat er den Ball noch mit Ruhe verwandelt den durfte er nicht über den Schlappen rutschen lassen das war wirklich eine gefährliche Situation 1 zu 1 er hat einfach nur die Wahl man sieht die blaue Welle die blaue Army ist hinter ihm her aber er macht es ganz sicher und verwandelt diesen Ball zum sicheren 2 zu 1 und hier gibt es einen Elfmeter holy shit in der Nachspielzeit wirklich wie kann das denn sein hier kriegt er nochmal ja es ist berechtigt von Boateng hat ihn zu Fall gebracht beim Schuss das war gefährlich jetzt heißt es Ter Stegen gegen Philipp Lahm oh nein er wechselt ihn wahrscheinlich wie ich auch gewechselt hätte hätte ich Philipp Lahm noch schön ja richtig Van Persi gegen Ter Stegen heißt es jetzt er sieht immer noch aus wie Manuel Neuer finde ich übrigens könnt ihr mal auch sagen was ihr davon haltet und hier wollen wir verbirmen wir zappeln ein bisschen rum und bleiben stehen und halten den Ball wir halten den Ball und dann noch mal ein paar Übersteiger kommen weiter mit dem Scoopton kommen weiter rein und machen hier nochmal River Stop Over und kommen weiter mit dem Scoopton werden umgefault gibt eigentlich Elfmeter aber das Spiel ist vorbei und wir ziehen ins Halbfinale ein richtig stark gemacht wir haben hier noch 2 zu 1 konnten uns ins Halbfinale erkämpfen und ja dann sehen wir morgen das Halbfinale und das Finale wenn es euch gefallen hat würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung also Däumchen noch oben wenn es euch gefallen hat schreibt mir nochmal wie gesagt in die Kommentare was ihr von so einer Serie haltet würde natürlich live kommentiert sein ich wollte das jetzt erstmal so gucken weil ich gucken wollte wie die Gegner sind oder so wollte ich gucken eben halt ja wie die ganzen Gegner sind und so deswegen habe ich das ja noch nicht mit live kommentieren aufgenommen aber die nächsten Cup vielleicht wenn ihr es wollt könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben ob ich das nächste Mal live mit Facecam machen soll und ja dann freue ich mich und wünsche euch noch einen schönen 6. Dezember den Nikolaustag und euer Hamburgangst Kevin ist raus und tschüss tschüss